Joa, Nathan, dann mal. Dann sollten wir noch irgendwas fragen. Ja, Deck der Docker. Deck der Docker. Deck der Docker. Hat ihn angerufen. Hi, Nathan. Hallo wieder, Doktor. Ist der Luper, ne? Ich hatte ein schäkiges Luper-Incident. Aber lass uns nicht über das sprechen. Okay. Gestern sette ich Feuer zu Hannahs Klauen in der Garten. Und zu Hannah. Ich wollte nur den Tag, vorwärts gehen. Ich habe es sofort regrettet. Und lo und behold, hier sind wir. Ein neuer Tag. Hannahs Klauen ist ein Teil von Aschern. Wer war Hannah? Oh, du bist die, die er in WoW kennengelernt hat, oder? Probable. Sorry. Die, war das, ähm, war das, ist er dann derjenige, der in einem Autounfall war mit ihr? Irgendjemand war mit seinem vier und zehn im Autounfall. Ich glaube schon. Ich habe nichts gehabt. Huh. Hast du noch Weowee-Klassik gespielt? Nochmal einfach. Sorry. Ich weiß nicht. Okay, ähm. Der ist jetzt schon der zweite, der sagt, dass es hier kalt ist. Der kalt, ja. Cool, ja, ja. Es gibt mehr als eine Frage, Doktor. Willst du nochmal versuchen? Dekker, kalt. Ich bin nicht sicher, was du bekommst. Was hat er da? Did Dekker kalt? Ich schulde, nein. Did Dekker kalt? Ich bin nicht sicher, was du bekommst. Kannst du es sagen? Hä? War das Valentine's Day? Nee. Irgendwann Dekker. Dr. Dekker felt that Hannah was holding me back. The memories of Hannah. In his opinion, I was holding on to the past. So I guess he cursed me. That's even a thing. Curse? Yes. Dr. Dekker cursed me. I don't really want to talk about it, but let's just say I blame him for the way I am. Can you give me some advice, Doctor? Yes. Here is some advice. I've been trying to think how I can get past today. I've come up with a couple of choices. I can set fire to Hannah's photographs. I've got them in Dropbox anyway. But setting fire to the clothes did the trick. Or setting fire to a rocking chair. She sounds like an old lady, but she loved that rocking chair. Weil, also brennt halt alles nieder. Which one do you think is best? Also ein rocking chair kann man immer noch gemütlich benutzen. Die Bilder sind ja unnötig, weil sie anscheinend tot ist oder so. No fire, please. Die Sache ist die, Das glaubt nicht, ist das eine Alternative. Das sind doch alles keine, keine, keine Dauerlösung. Ich meine, irgendwann hat er alles verbrannt, was mit Hannah zu tun hat und wie will er dann vorangehen? Ja, dann geht's ihm wieder gut. Dann verbrennt er sich selbst. Habt ihr noch nie Leute, noch nie, äh, Dinge verbrannt, damit es euch besser geht? Also welches würdest du jetzt schreiben? Ich würde sagen, burn the photos. Photos. Ja, genau. Burn everything. Burn them all. Ah. Both. Ah, fuck. Was hast du gemacht? Ich hab's verweiter gedrückt. Photographs, ist das? Ich lasse dir, wie es geht. Okay. Hey, ich will mich daran erinnern. Ich hatte ein bisschen schade, ein Blöden-Incident. Aber wir sprechen nicht mehr. Okay. Gestern, habe ich Feuer für Hannah's Klappen in der Garten. Ich habe fast alle von ihr Sachen gehalten, als sie es verlassen hat. Es ist nur die Klappen. Ich habe es entschieden, zu burnen das gestern. So, hier bin ich. Hannah mag clothes. Every season, sie hat ihre entire wardrobe zu some charity oder another und only buy stuff sie loved. Und ich war mit Winter. Ich weiß nicht, was ihr favorite season war. Does es matter? Was was your favorite season, Doctor? The third one from Scrubs. Autumn. I love Autumn. Selber. War so gelogen. Und das war. Du hättest Organisator für Kölner Karnevals? Ich war nicht im Organisator des Kölner Karnevals, aber ich habe im Dorf Trommler Chor der Feuerwehr gespielt, wo wir auch bei allen Karnevalsveranstaltungen in näherer Umgebung immer mitgelaufen sind, in Umzügen und gespielt haben. Und ich habe in meiner Kinderzeit deswegen so Sachen gemacht wie Hey Baby auf Querflöte gelernt. DJ JLC's Hey Baby und all diese anderen Lieder. Das war meine Kindheit. Robin, ich hoffe, du warst zu würdigen, angesichts dessen, was wir heute schon alles in dieser Aufnahmesession gehört haben, dass das das Widerlichste ist, was ich heute gehört habe. Ich weiß noch, du hältst halt einfach diese Löcher zum einfach Oh boy, okay. Aber they call. Pass. Also wie kommen wir zu diesem Call? Decker Knight Murdered Decker Murder Call Oh, wow. Toll. I was at Henley Church on Valentine's Day visiting Hannah's grave. It's the anniversary of her death. Her parents wanted a huge funeral with all the trimmings. Hannah would never have come for it. It does give me somewhere to visit. I got to write the epitaph. I don't know. I'm not religious, but when I wrote Hannah's epitaph, I knew her parents would want some acknowledgment of the great bearded one. The solo? Hello? She was an angel to everyone. Everyone was an angel. Oh my darling angel. I've been alone since Hannah. I can't imagine anyone ever replacing her. Not that I've looked. Do you think I should look for someone else? Yes. Yes. Move on. Look for someone else. Okay. Fine. I'll try. I'm not really sure I'm looking for though. Just sign up to Tinder and start swiping. Maybe it's just company I'm missing. Although I don't really want any. Danach Schnitt zu dem hier ist gut. I don't know what you're talking about. Sorry. No. Can I know in World of Warcraft Leute kennenlernen? So hat er Hannah kennengelernt. Ja, ja. Eben. Das hat einmal funktioniert. Schreib ich mal alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Should I know something about that? Das finde ich im Darmat schon mal drüber geredet. Ich finde das ist keine gute Werbung. Bei all den hunderten, tausenden Leuten die diese Website benutzen dass sich alle elf Minuten zwei Leute verlieben ist doch keine gute Statistik oder? Denkt das nur ich. Das dauert doch also das ist ja das sind ja ein paar am Tag das ist doch nicht gut. Ja, aber die meisten Leute gehen ja dann nicht so daran indem sie versuchen das so aufzuschlüsseln statistisch sondern eher so oh krass alle elf Minuten dann gehe ich hin und nach elf Minuten habe ich mich in jemanden verliebt. Boah elf Minuten lang ist schon viel das ist schon viel die ich da investieren müsste. wirklich? was? was? what? ähm maybe she'd ask your assistant who Decker saw that day smooth ähm transition everyone ich hab da mit einem Archäologen der Katone ausgegraben hat ich möchte übrigens anmerken fossieren sie meistens Knochen Cephalopharts haben keine Knochen was hat er gefunden? sehr guter Punkt Leo ich meine wir befinden manchmal nicht so diese diese Einbuchtungen von Kreaturen in Stein oder so du hast zu viel du hast zu viel Pokémon auf blau und rot gespielt wo man irgendwelche Possilen findet die sich dann in irgendwelchen Scheiß verwandeln aber nee ja vielleicht weiß ich so wen hat Jaya nochmal getroffen äh wen meint hat Jaya nochmal gesagt hat äh Dr. Decker getroffen an dem Tag äh Claire und Claire und Ellen und er hat beide gedatet sag ich jetzt hat sie nicht gesagt aber Claire ich behaupte er hat beide gedatet Dr. Decker Meet Are you bored? wie soll man das jetzt sagen? ich bin vor der Therapeuten sag immer noch Dr. Decker Meet sorry I don't know perhaps we should change the subject hm wie soll man das denn formulieren? am Tag an dem Dr. Decker gestorben ist ich mein Claire ist auch schon äh orangegelb wie auch immer ähm im zweiten zweiten geh halt zu Ellen über vielleicht hat die noch was das ist das letzte ja weil sie hat uns ja schon sie hat uns ja schon gesagt dass sie ihn da getroffen hat stimmt 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 Adan aber noch nicht Decker day he died warum denn müsstest du das doch gesehen haben wenn du so klug bist stimmt just a few hours later he was I still can't get over it I wasn't there for change did you sense that he was going to die I think we've got a bit off track dang it we got you either you are a liar or you didn't do anything okay jetzt ist jetzt ist jetzt ist jetzt ist noch Bryce und Jaya und Jaya Scheiße stimmt okay was war denn bei Bryce noch offen so also da ist noch sehr viel offen ich mein einerseits gut andererseits äh Leech Lady ne what das war AC also wir haben halt keine gelben das muss irgendwas sein worüber wir noch gar nicht ja Kystolo und 12 vor 2 lass den hint geben achso stimmt vergesse ich mal wieder äh hint can he see something behind me what guckt er an uns vorbei sozusagen weil er das da macht wahrscheinlich oder er hat das mal erwähnt dass er jemanden hinter uns sieht ne frag where are you looking oder irgendwas in die Richtung irgendwas in die Richtung irgendwas in die Richtung okay ist there something behind okay ist there something behind me possibly a relative of yours possibly a patient that died here I'm not sure she doesn't know okay das haben wir doch nicht er kann tote sehen oder was ist was ist hier kennst du da grange was what the fuck was that warte da gucke ich mal kurz in den Guide was da die Fragen sind kann er tote sehen habe ich das vergessen ich wollte auch gerade fragen haben wir irgendwie was übersehen fairground ich schau mal kurz was hier ist weil bei ihm war es doch nur dass er seine die Midnight Hour Stunde hat ja er noch nicht Leute sehen kann es gibt noch das hier you said you lived alone da geh ich mal kurz ein Guide no sorry okay oder auch nicht you said you live alone wow weil ich lift gemacht habe ja er ist in sheltered housing dementia äh dementia okay hier steht dann tatsächlich noch maybe deckers ashes were in the coffin haben wir das gefragt ja haben wir gefragt ähm und die nächste Frage die aufgelistet ist tatsächlich have you seen anybody come back from the dead when you work in a graveyard you see a lot of strange things I'm not sure if they're real or whether I think they're real or which is worse do you see dead people what strange things have you seen we see stranger things I said I wasn't sure if they were real just answer fucking question hm und dann ist die nächste Frage can you see something behind me vielleicht dann wirklich weil man ihn hier so an uns vorbeischauen sieht aber das aber das ergibt mit der Antwort keinen Sinn weil ähm er sagt Moment also er sieht ein Geist oder sowas also das wirkt ja für mich so als ob er halt schon mal konkret hier gesagt hat er sagt ja nicht oh wie woher weißt du das oder wo ist das ein bisschen seltsam ja da müssen wir irgendwas verpasst haben ja glaube ich schon oh Jaya was ist denn da so ein hint I should ask how she is what how are you hey you thanks for helping I'm not sure I had it though hey you what have what hey you oder acting lessons hey you maybe we should just talk about him it hadn't even been a year he was a quiet solitary man a good listener as I suppose you'd need to be his confidence did grow as time wore on but that's what you'd expect after you've fitted in I mainly miss our chats he used to work late with me and tell me things about the patients things that I probably shouldn't have heard but did what do you think of the patients nah perhaps you shouldn't say you can ask me go on I'll tell you what I think I think Bryce has a lot of misdirected anger I don't think I like him that much you know sometimes when things overrun he's outside waiting for you and he stares at me as if he's undressing me with his arms he's probably doing exactly that but still it feels worse coming from him I understand why I'm not trying to hide anything I just don't know I just had it gedacht Jaya tu uns allen gefallen wenn Mitternacht naht zieh eine Ritterrüstung an frag nicht warum tu's einfach also ich würde vermuten dass wir jetzt irgendwie zu den meisten dieser Patienten noch sagen fragen können so wie zu Bryce aber not sure das habe ich ja gerade mit der einen gemacht und da kam halt eine random don't know what you mean Antwort okay nochmal einen schon mal dass man lauffassend noch eins kommt ja okay ich finde das ist die perfekte Rolle für diese Schauspieler das ist so der Nicolas Cage Effekt sie ist total overacting und sehr sehr expressiv und so aber ich finde für die Rolle ist es gut vielleicht muss ich what do you think about Lacey ich habe ich wirklich aber auch was do you think about Jess habe ich jetzt zuverdächt um die eine Person das frage ich mich auch gerade weil sie halt mit ihm eine Begegnung hatte okay dann muss ja alle durchgehen du hast wirklich geingut Menschen also Jesus please stop that Mariana is a special girl wow rude wow rude krasse Influencerin Du willst mir wirklich erzählen, dass sie nicht auf dem Sirenenmotiv mit dir hinaus wollen? Ja, follow her. It's like I want to steer my ship into her general direction, so it can crash on some rocks. Patterns. Mainly, he was searching for a common experience the patients might have had. That's what led them to his office. He'd study everything, even the referral letters. Give them to me. Yes. Letters, parking tickets, holiday destinations. You know, I find those referral letters. He was sure there was a pattern in them. Are they all mythological creatures? We did it! Yay! Und jetzt? Continue. Oh, so. David Hunt, I can change my skin. Then skins. Dr. Odecker dated his patients. I had a hot date. He went out for drinks. I took photos of Jessica. Dr. Decker did phone on Valentine's Day. Asked me for Nathan's number. There was a girl there. Am I wrong to keep the lucky? I'm allowed to talk to her, aren't I? He was preoccupied with finding photographs, patterns, rock pictures. I haven't been back to the beach since. I had a bit of a shaky loop incident. Where I find something. I set fire. Beautiful. In the sea. To Hannah's clothes in the garden. I dug the grave. I wish I'd said goodbye. Dr. Decker cursed me. It didn't weigh enough to have a body in it. Oh, Doktor. Hello there. What are you doing here? In your office? Could I ever mention I had a special friend in the police force? Nah. It's not something you drop politely into a conversation. Except right now. Ich möchte bitte, dass sie den, dass sie den, dass sie den, dass sie den Reboot von X-Faktor moderiert. Kann er so etwas haben? Was passiert? Kann er so etwas haben? Oh, das ist ein Report, das über den Patienten, den du heute sehen möchtest, Claire. Ich lasse sie beide an die Desk für dich. Und danke für die Griefkanzlerin, übrigens. Es hat wirklich geholfen. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Oh, Kamera-Hage. Spikette. Ja, so wird es ausgeführt. Spikette. Wie das dann sogar der Übergang war zurück. Amazing. Und wie die Kamera so leicht out of focus war gerade in meiner letzten Session. Jetzt Art. Professor Warwick. Okay, steht schon, was im Arrest-Report ist. Dann gucken wir uns den erst mal an. Crime Scene Report. Crime Scene Report Summary. Case Nummer, blablabla, 14. Februar 2017. First Name? Nope. Ebenfalls real. Dr. Deckard hat keinen Vornamen. Ja. The victim was located in an office, seated on a chair behind the desk. Soaked in blood with an obvious chest wound. Paper Spike, 150 Millimeter long, protruding from the approximate region of the victim's heart was the murder weapon. Was denn eine Paper Spike? Das ist so ein, hast du vielleicht schon mal gesehen, das ist so eine Basis und da ist einfach ein Stachel, der nachher umgeht und da kannst du so Papier draufspießen. Ach so, okay. Okay, ja, verstehe ich. Corners Initial Findings. Muss ja nicht Corona stehen. Da steht Corona. Ja, Corners Initial Findings. Time of Death. Estimated from liver temperature measurements to be between 8.30 and 10.30. Wann, wollte die sich nicht um elf erst mit Claire treffen und dann vorher um sieben oder so mit Ellen? Weil mit irgendjemand wollte sie sich um elf treffen. Ellen war danach. Elf war, ähm, die andere. Aber okay, vielleicht war das ja eh. Claire war um elf und Ellen war um drei. Claire war elf vormittag, genau. Okay, okay. Note that victim's body was reportedly discovered at 10.20. Aber wir, ach so, nee, um, 8.30 und 10.30 p.m. Das ist ja abends. Ja. Cause of death. Exsanguination due to punctuation of the left anterior, blah, 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 blah. Claire's arrest report. Ist das sie? Ja. Statement of Christian Weber, Politofficer 76912. The best of my knowledge, this statement is true. I understand I may be prosecuted if I have said anything that I know to be untrue. November 9th. At 2040 hours on Tuesday 8th November, myself and PC9725 Hold responded to a call received from a neighbor of the Bauerhaus, Weston Park Avenue. Ich glaub, diese roten Sachen sollten wir die nochmal fragen, ne? Concerning a reported disturbance. We arrived at the address and then knocked on the front door, but there was no reply. We then examined the rear of the property and gained entry through insecure payshow doors. We entered the property, sagt man im Englischen payshow oder sagt man auch patio? Ich glaube, man sagt patio. We entered the property through the store and I announced myself by shouting, police, but did not hear any response. Researched the premises. Upon entering the dining room, I saw a female seated next to a man who was lying on the ground. The man did not appear to be conscious. Both persons were drenched in blood and there was a substantial amount of blood on the carpet walls and furniture. I noted what appeared to be a steak knife on the floor, which was also covered in blood. At this point, I asked the woman to put her hands on her head, which she did. PC Hold secured the female while I checked the man for signs of life, but found none. I asked the woman her name and she identified herself to me as Claire Castleford. I asked if she knew the dead man and she said he was her husband, David Castleford. Das hat sie uns aber nicht erzählt, oder? Hatte sie uns aber nicht erzählt, dass sie ihn so leicht gestabt hat? Ja, ich dachte jetzt auch nicht, dass sie... Vielleicht ist das neu. So angestabt? Ja, ich glaube auch. I asked what had happened and she said that she had killed him. Following a search by PC Hold, which revealed no other person's present at the house, I said to Castleford at 20, 52 hours, you are under arrest on suspicion of murder. I then crushed her and placed her in the back of the police car for transportation to Western Park Police Station. Well, Claire. Well, well, well. Ich möchte bitte, kann ich kurz zurücknehmen, dass du das Mädchen suchen sollst? Aber zuerst möchte ich ganz gerne. Und dann kann ich sie so frei rein und raus? Gucken, wer... Ist ja eigentlich weird, ne? Also, er hat schon mal schöne Beine. Ah. Ey. Ey. Would you like a drink? Perhaps ask me, uh, something. Physics related. Hell yeah. I'm so excited. Was ist mit... Something Physics related. Was ist mit diesem Kult, den du... Ja, bitte sag mir endlich, was passiert ist. Was? Bitte löse. Bitte löse. Natürlich liegt es noch. Wenn wir hier, if I did this machen, rennt er schreiend weg. Where is Dr. Decker? Dead. He did. Dr. Decker is dead. Is he really... Actually dead? Hm? Not a worthy adversary after all, then. What? Dr. Decker challenged me. He tried to use my theories against me. Quantum theories. You know the stuff. You're a psychiatrist. You know about quantum theories. Do you really want to know? Decker's eyes used to glaze over whenever we talked about that. He, uh, didn't believe in quantum physics. As if it's something that you can optionally believe in. Well, it started with an experiment. An experiment. Have you heard of quantum? Yeah. Sounds badass. Do you know the great band name? Wow. Mach's... Mach's sich gemütlich. According to the laws of quantum suicide, if I were to shoot myself now, then one branch of my timeline would result in my death, whilst the other in my continued existence. I simply applied that logic to something different. Quantum murder? I don't know. Yeah. Gotcha. Bitch. Gambling. Oh, bye. I set up an experiment whereby I would visit a casino and place a very large bet to the roulette table. Now, I would always bet on odd. Now, the results of this particular experiment were mundane. I won as many times as you would expect according to the laws of probability, but then I changed the parameter. I cheated like hell. Kannst du mal in einem Stück reden? Was du nicht alles aus der Nase ziehen, Alter? Quantum suicide required a loss of life to make it a realistic thought experiment. So, I simply... Ja, das ist eigentlich kein thought experiment, ja. Every time I bet on odd, I would place everything I had on that one spin of the wheel and it worked. For a while. Zweimal, zweimal hat's funktioniert. Ja, ich glaub, der hat einfach eine schlimme Sucht. Dr. Deckard killed it. Hä? Ja, aber ich kann's nicht zurückkommen. Ach so. Ach so. Er ist der, der Professor Exaviors Schule finanziert. Mit seiner Mutterhandenkraft. Quantum gambling. I love this. It's like one of my, my anime. It's tricky, but it can be done. Dr. Deckard didn't like that. He saw me becoming rich and powerful and he hated that. That's why he profited the Hangman's Paradox. Das ist wirklich einfach nur Zero Escape, was wir gerade machen. Oh, fuck, das kenne ich. Aber ab Monday. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Das ist wahrscheinlich. Ja. Because if you're still alive on Monday at midnight, then Tuesday won't be a surprise. But if you're sure that it's Monday, then that won't be a surprise either, will it? Decker tricked me. He told me that sometime in the future I would lose a bet. That I would lose all of my money. Now this didn't seem likely because I had quantum gambling on my side and it was working. But he didn't hurt me. He made me doubt myself. And then it happened. I lost everything. Recently I lost everything that I had to lose when he left me. Okay. Literally. Can we give an Oscar a little bit? Jack, you remind me of Dr. Decker. He used to ask me questions I didn't know the answer to. When is that? We were married for 14 years, 7 months and 3 days. Wow. It's going to be a lucky year when he talks to me. But actually, at least that's what she told me. We didn't ask but thanks for telling. She grounded me in reality. I'm not complaining. It's probably what I needed. Part of me always thought that one day we would achieve immortality through science. Why did you kill Vanessa? Dr. Warwick, why? Maybe if you ask me that in a parallel universe. We'll get to quantum murder. Okay, something is stupid. Quantum revenge. Quantum revenge. We'll just pick quantum for everything. Quantum wife? We were quantum married for 14 years. We had quantum children. She couldn't have quantum children. Maybe in another timeline she could. She's pregnant. Oh no, he wasn't a rocket scientist that was required but a brain surgeon it seems. I have considered putting that neurosurgeon onto his darkest timeline. But I'm not a killer. It would seem... On his darkest timeline. Truly this is the darkest timeline. Well, my theory, quantum gambling. If the stakes are high enough, you will win every time. By simply shifting your consciousness into that branch that wins. Can you borrow me a hundred quid? Dr. Decker didn't like that. He saw me becoming rich and powerful. Rich? Are you rich? Are you rich man? Frag dann mal, ob er shiften kann. Oh, honestly. Well, I think he feared quantum physics. He didn't like things being explained in terms of science. Almost as if he'd have preferred chaos. Dun, dun, dun. Habt ihr gerade den Plot von Droppen hören? Are you sure that question's for me? Chaos. Frag mal nach Chaos. Da war keine Sterne dran. Frag ihn trotzdem. What do you know about Order and Chaos? Do you believe in the old ones? Do you think the girl in the waiting room is a mermaid? I won as many times as you would expect according to the laws of probability. But then... I changed the parameter. Why not gambling? My wife Vanessa left me for a neurosurgeon. She emptied our entire combined wealth into her barrister's wallet. I needed more money. Physics provided me with a solution. But first... Hi, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I'm fine. I'm ready for my grief counseling. I emailed you Marianas address. I don't know why you'd want it. I suppose you're going to start doing home visits now like Dr. Decker? Not a good idea. Yeah. The first thing I want to say to Mariana is I know where you live now. I don't know everything. Hmm... I don't know where we're going with her. How are you doing? Who... How are you? Grief counseling. Uhm... I'm fine. Grief. Grief is such a strange word if you keep saying it. Grief, grief, grief. It sounds like somebody's being whipped. What? Beleuchtung is kind of very seltsam. You can't even hear me today. How do you feel today? That's just the same thing. I'm fine. I'm ready for my grief counseling. I emailed you Marianas address. I don't know why you'd want it. Marianas address. Have you been taking notes in our session, Doctor? Perhaps you should check them? Yeah, address with double D. Marianas address. Doctor, if you don't want it, don't text me and ask for it. It's all right. I don't mind doing menial tasks for you. Someone has to do them. Wow, that's so gross of much. Wie viel versteckt sich denn hier? I'm fine. I'm ready for my grief counseling. I emailed you Marianas address. I don't know why you want it. I suppose you're going to start doing home visits now, like Dr. Decker. Home visits. Yes, Dr. Decker started doing home visits for Marianas. He said, she couldn't concentrate properly in his office. I hope you're not thinking of doing the same thing. I need you right where I can see you. Yes, Dr. Decker started doing home visits for Marianas. He said, she couldn't concentrate properly in his office. I hope you're not thinking of doing the same thing. I hope you're not thinking of doing the same thing. I need you right to see you. 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 Checks and balances, Dr. Decker. Somebody needs to be watching the Watchman, so to speak. Make sure you're helping, not hindering. That's how it works. He probably did his fair share of helping and hindering. He was definitely helping in the beginning, but then seemed to lose sight of things. Lose sight of things? I think he was so overwhelmed by the patients he was getting. His curiosity just got the better of him. There was a definite turning point. I can't even take those patients. Somewhere around the time Professor Alderby turned up. That seemed to unsettle him. And then we had a flood of extra weird patients. I think it was all too much for him. I think I misjudged him. I hope you deal with it better. Cthulhu? Nope. Ask me another. Misjudged him? There's just a lot of crazy flying around, Doctor. Jesus. Willkommen in der Psychiatrie. Jesus. So ist sie wirklich hier arbeiten. There are all nutjobs. Okay. Dann fragen wir mal Marianna. Yeah. Also, wait a minute. The arrest report says, Claire killed David. I've underlined some things to ask her about. I wonder if Bryce buried David. Whoa. What happened with Ben? Ask patients about the paper spike. Too much to do today. Okay. Kannst du sie ja theoretisch auch fragen. I'm so stressed out. Claire. It's in that police report that I gave to you. You should really take a look at it. We did. That's why we asked. Ben. I think that's all settled now. Oh, it was easy. We are agreeing to pay Ben 5.000 pounds and he's agreeing not to say anything about what he saw. What did he see? I thought he saw a creature coming out of Dr. Deckers mouth. Oh, I love it. It's straight up. At least that's the reason he's given for not emptying the bins that night. Either way, it's not the kind of publicity that we need. Shiny, happy, sane people. Interesting. Interesting.